Als ich dem ganzen Treiben von dort oben an der Decke uninteressiert zusah, erfüllte plötzlich ein Licht den Raum. Dieses helle Licht füllte alles in Sichtweite ein, während es sich mir näherte. Und kurz darauf füllte es mich dann vollständig ein. Ich sah nichts anderes mehr als dieses Licht um mich herum. Die Krankenhausszene dort unten war erst verblasst und dann verschwunden. Doch das Licht wurde heller und heller. Es war so herrlich. Es war die reine Pracht. Dieses leuchtend weiße Licht wirbelte und glitt um mich herum. Und dann, dann umschloss es mich und verschmolz schließlich vollständig mit mir. Und es fühlte sich so gut an. Auf eine fließende Art und Weise lud es mich in sich ein. Es hat mich in sich selbst willkommen geheißen.